Ich fürchte an sich niemanden, aber dieses Ding macht mir Angst. Wow, wow, Alter, ich will über diesen Freak nicht reden, okay? Ist er etwa hier? Scheiße, wie macht mir dieses Ding ab? Man erschaut erst bei dem Gedanken herauszufinden, was sich hinter dieser Maske in diesem kranken Irren verbergt. Chronische, ausdauernde Träume voller Grausamkeit. Was ist das? Geh, Geh, Geh! Das war's für mich. Hilfe! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR